Die Bank of Asia wurde gestern Nacht von einer unbekannten Verbrecherbande beraubt. Jackie Chan ist zurück. Hier sind sie. PC138 meldet sich zum Dienstherr. Ich bin ihr neuer Partner, Frank Chang. Und dieses Mal ist es kein Spiel mehr. Ja, das ist mein Partner. Wir haben jetzt ein Profil von jedem Verdächtigen. Su Shao, Tochter eines Schiffmagnaten. Feier, Sohn eines Schmuck-Tycons. War bei der US Navy. Sauber. Die Handlungsweise dieser Gang zeigt uns, dass es sich nur um rücksichtslose Jugendliche handelt. Sein Vater ist Präsident einer internationalen Brokerfirma. Aber das Wichtigste ist Tim Law. Sein Vater ist bei der Polizei beschäftigt. Alles reiche Kids. Sie haben kein echtes Lebensziel und sind unausgelastet. Diese Kugeln müssen immer in der Mitte bleiben, sonst explodiert die Bombe. John, entschuldige. Vielleicht gibt's ne Etage tiefer. Ich hoffe nicht. New Police Story Demnächst im Kino Das ist ein Abkaufensher. Das ist ein Abkaufensher.